Du bist interessiert an einem dualen Studium bei FEE? FEE gehört zu den deutschen Marktführern im Bereich Fertigungs- und Automatisierungstechnik und kann zu seinen Kunden unter anderem alle bedeutenden deutschen Automobilhersteller zählen. Mein Name ist Jonas. Und ich heiße Johannes. Wir absolvieren beide ein duales Studium mit vertiefter Praxis in der Fachrichtung Mechatronik bei FEE. Dadurch sind wir abwechselnd im Unternehmen für die Praxisphasen sowie in der Hochschule am Technologie-Campus KAM für das reguläre Bachelorstudium. Bei einem Studium mit vertiefter Praxis verzichtest du bewusst auf einen begleitenden Ausbildungsabschluss und konzentrierst dich komplett auf das Erreichen deines Bachelortitels. Dadurch steigst du schneller mit einem Hochschulabschluss und betrieblicher Praxiserfahrung in den Ingenieurberuf ein. Mechatronik setzt sich aus den drei Kerngebieten Elektrotechnik, Informatik und Maschinenbau zusammen. Dementsprechend sind auch die einzelnen Phasen deines Studiums und deiner praktischen Arbeit bei FEE angelegt, in denen du alle dazugehörigen Bereiche kennenlernst. So werden dir zunächst unter anderem im Rahmen der Elektrotechnik die Basistechniken zum Aufbau eines Schaltschrankes in der Lehrwerkstatt beigebracht. Diese Grundlagen wirst du dann später bei Inbetriebnahmen und im Austausch mit Kunden anwenden können. Anschließend vertiefst du deine Kenntnisse im Bereich der Elektrokonstruktion, in dem du ein Seminar über das Erstellen von Schaltplänen mit E-Plan erhölzt und an einem Projekt mitarbeitest. Mit Hilfe eines Fördertechnikgrundkurses lernst du außerdem die Basics der SPS-Programmierung sowie die Erstellung einer Visualisierung und testest deine Programmierung anhand einer 3D-Simulation mit unserer Software FEE ScreenSim. Bereits in dieser Phase hast du außerdem deinen ersten großen Praxiseinsatz, bei dem du zum Beispiel an einer Anlageninbetriebnahme mitarbeiten darfst. Dein Basiswissen im Bereich der Mechanik erhältst du durch Einsatz in der Fertigung unseres Geschäftsbereichs Automation Robotik, wo du mit den Standardarbeiten der Mechanik wie Pfeilen, Fräsen, Drehen oder Schweißen vertraut gemacht wirst. Hier wirkst du auch beim Aufbau eines für FEE patentierten Greifersystems samt Pneumatik und Elektrik mit. Im vierten Semester verstärkst du dein Know-how zum einen im Maschinenbaubereich, indem du unsere Konstruktionsabteilung unterstützt. Hier wirst du mit bis zu drei verschiedenen CAD-Programmen Vertrag gemacht, mit denen wir auch für unsere Kunden tätig sind. Zum anderen wirst du im Bereich Informatik in die Hochsprachenprogrammierung eingewiesen, beispielsweise in C-Sharp. Hier kannst du dann deine erlernten Programmierfähigkeiten praxisnah anhand Lego Minds zum Robotern testen. Dein Praxissemester durchläufst du während des sechsten Semesters. Das bedeutet, dass du dieses komplett im Betrieb verbringst. Dadurch hast du die Möglichkeit, bei einem kompletten Automatisierungsprojekt mitzuarbeiten und deine bisher erworbenen Kenntnisse gezielt einzusetzen. In deinem siebten Semester beendest du das Studium als Bachelor of Engineering mit der Erstellung deiner Bachelorarbeit. Diese wird nach gemeinsamer Themenfindung im Unternehmen ausgearbeitet und betreut. Wie du siehst, ist dieser Studiengang stark zukunftsorientiert, denn vor allem durch Industrie 4.0 gewinnt Automatisierung immer mehr an Bedeutung. Wenn du an dieser Entwicklung Freude hast, außerdem noch über ein hervorragendes, logisch-mathematisches Denken verfügst und auch mal bereit bist, in Betriebnahmen im In- und Ausland zu übernehmen, dann ist das Mechatronikstudium genau das Richtige für dich. Nach einer Übernahme bietet dir FEE die vielfältigsten Zukunftsperspektiven. Vom Einsatz in der Softwareentwicklung und Programmierung bis hin zu in Betriebnahme komplexer Automatisierungssysteme. Wenn du zudem über die notwendigen Eigenschaften verfügst, steht auch einer Übernahme umfassender Projektverantwortung nichts im Weg. Bewirb dich jetzt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017